Nvidia arbeitet an einem KI-Assistenten, der euch beim Zocken unterstützen soll, die Gerüchte um ein Total War Spiel mit Star Wars Thema häufen sich und der PC-Port von The Last of Us 2 ist angeblich schon seit Monaten fertig. Moin miteinander, ich bin Paul und hey, heute hat mein bester Kumpel Geburtstag. Alles Gute mien Leif, bist ein feiner Kerl. Diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TikTok. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Nvidia bastelt mal wieder mit KI herum und arbeitet aktuell an Project G-Assist. Das ist ein KI-Assistent, der euch beim Zocken unterstützen soll. Das Ziel ist, dass ihr diese KI jederzeit um Hilfe bitten könnt, damit sie euch Crafting-Rezepte verrät, euch Tipps zu euren Stats gibt und sogar eure Grafikeinstellungen für euch optimieren kann. Die Kommunikation mit G-Assist soll entweder über Text oder Stimme passieren. Außerdem achtet der Assistent auf den Kontext, indem ihr die Frage stellt. G-Assist nimmt nämlich auch einen Snapshot aus eurem Spiel auf und bewertet diesen. Ich erspare euch jetzt die technischen Details, aber schließlich ist G-Assist mit einem Large Language Model verknüpft, das an eine Datenbank für Videospielwissen angeschlossen ist, wie zum Beispiel das Wiki eines Spiels. Am Ende gibt euch der Assistent dann eine Antwort via Text oder Sprache. Das Entwicklungsteam eines Spiels soll diesen Assistenten auch verwenden können, um möglichst spezifische und akkurate Hilfe anbieten zu können. Im Trailer für G-Assist sieht man, wie der Assistent nach der besten Early-Game-Waffe in ARC gefragt wird. Daraufhin spuckt der Assistent den Speer als Antwort aus und verrät auch gleich, wo die Materialien zu finden sind. Man kann den Assistenten auch fragen, was ein bestimmter Dinosaurier in ARC ist oder welchen Wert man als nächstes aufleveln sollte. Am Beispiel von Cyberpunk wird dann noch gezeigt, wie man die eigenen Grafikeinstellungen verbessern kann, mehr Strom einspart und so weiter. Nvidia betont am Ende des Beitrags nochmal scherzhaft, dass der Assistent das Spiel nicht für einen spielen wird, wie noch in ihrem April-Scherz-Video von 2017, aber man überlegt wohl, ob der Assistent vielleicht mal Essen bestellen kann. Hm. Wann dieser Assistent verfügbar ist, wissen wir noch nicht. Erzählt doch mal, was haltet ihr von diesem Assistant? Würdet ihr ihn nutzen oder sucht ihr dann doch lieber schnell selbst im Wiki? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Total War sucht sich ja immer fleißig neue Franchises für ein Crossover aus. Zuletzt war es Warhammer Fantasy, danach wurden dann wieder einige historische Settings herausgebracht. Jetzt warten Fans auf die nächste große Crossover-Ankündigung und Gerüchten zufolge soll diese Kooperation mit Star Wars passieren. Wenn das stimmt, dann könnte das ziemlich cool werden. Das strategische Gameplay von Total War mit all den Charakteren aus einer weit weit entfernten Galaxis, ich wär dabei. Allerdings ist es gut möglich, dass dieses potenzielle Star Wars Spiel eher im Stil von Halo Wars sein wird als ein klassisches Total War. So eine Kooperation wäre ein ganz neues Kapitel für Total War. Immerhin hat sich das Franchise bisher größtenteils auf Nahkampfschlachten konzentriert, egal ob historisch oder Fantasy. Und wenn dann mal Schusswaffen dabei sind, dann sind die oft noch recht primitiv. Mit Star Wars würden natürlich jede Menge Schusswaffen dabei sein und dazu noch haufenweise Fahrzeuge. Außerdem müssten Weltraumschlachten und Gefechte auf mehreren Planeten oder Raumstationen auch dabei sein. Das wäre super cool, aber eben auch was ganz Neues für Total War. Allerdings, wie gerade schon gesagt, hat das Entwicklungsteam Creative Assembly Jahr 2017 bereits Halo Wars 2 entwickelt. Aber das läuft nun mal ganz anders ab als Total War mit großem Fokus auf Basenbau wie bei Command & Conquer. Und Star Wars und Halo haben zwar ihre Unterschiede, sind aber eben beides Sci-Fi-Franchises mit großen kriegführenden Fraktionen. Wer weiß, vielleicht lernen wir ja jetzt dieses Wochenende während der Summer Game Fest oder einer anderen Show mehr über das Spiel. Oder auch nicht. Mal gucken, ich fänd's cool. Der deutsche Survival-Hit Entschrouded bekommt ein dickes Update, auf das viele Fans schon lange gehofft haben. Ganz wichtig dabei, spielerbasierter Quest-Fortschritt. Das bedeutet, dass ihr jetzt Quests auch dann noch spielen könnt, wenn andere auf dem Server sie bereits abgeschlossen haben. Dazu gibt's im Tagebuch nun einen neuen Reiter, der euch alle verpassten Quests anzeigt und erneut verfügbar macht. Außerdem ist ein neuer NPC aufgetaucht, Valerie die Bardin. Sie kann euch beibringen, wie man Musikinstrumente herstellt, wie z.B. eine Laute, Flöte, Harfe und eine Trommel. Wenn ihr dann am Lagerfeuer eine kleine Jam-Session einlegt, verlängert sich die Dauer eures Ausgeruht-Buffs, was euch einen Trip nach Hause spart. Es gibt auch noch ein neues Biom, The Mire. Ein Sumpfgebiet, das sich weit im Norden jenseits des Revelwood befindet. Dort gibt's große Trampolin-Pflanzen und tiefe, klebrige Schlammlöcher, die euch verschlucken, wenn ihr drauf landet. Außerdem gibt's noch ein paar Quality-of-Life-Improvements, wie ein Transmog-System, die Option, den Helm und eure Handschuhe ein- und auszublenden und eine neue Waffe. Messer! Die könnt ihr sogar in beiden Händen gleichzeitig halten. Wenn ihr also eine längere Pause von Entschrouded genommen habt, dann scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um wieder durchzustarten. Wo bleibt denn eigentlich der PC-Port von The Last of Us 2? Naja, laut dem Leaker Bilbil-Kuhn ist die PC-Version schon längst fertig. Bilbil-Kuhn lag in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Informationen über Spieleankündigungen richtig, was ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Allerdings sind dies auch keine offiziellen Informationen und können kompletter Humbug sein. Behaltet das also bitte im Hinterkopf. Laut Bilbil-Kuhn ist die PC-Version bereits seit 2021 in Arbeit und mindestens seit November 2023 fertig. Der Leaker spekuliert, ob der verzögerte Release vielleicht damit zusammenhängt, dass die zweite Staffel der Last of Us HBO Serie erst 2025 kommen soll und Sony eventuell plant, die PC-Version zeitgleich zur Fortsetzung zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, es ist nicht bestätigt, dass die PC-Version einfach irgendwo vor sich rum wartet. Na, aber wenn sie dann erscheint, wird sie ja auch bestimmt völlig frei von Bugs sein und keine Performance-Probleme haben. Oder Sony? Greyzone Warfare zieht einen Hotfix-Patch zurück. Denn dieser Hotfix hat wohl mehr Probleme ins Spiel gebracht als gelöst. Marek Rabas, der CEO von Entwicklungsstudio Madfinger, entschuldigte sich für den Patch und dafür nicht auf die Community gehört zu haben. Denn die hatte wohl vor Performance-Problemen gewarnt, diese konnte das Studio allerdings nicht reproduzieren, weshalb der Hotfix so wie er war live ging, was zu zahlreichen Problemen führte. Von nun an wolle man stärker auf das Feedback der Community hören und die Kommunikationskanäle verbessern. Der Hotfix ist mittlerweile schon wieder offline und ein weiterer folgt bald, hoffentlich dann ohne neue Probleme. Der Grund, warum die Probleme beim Studio nicht reproduziert werden konnten, waren wohl unterschiedliche Versionen zwischen ihrem Spiel und dem, was die Öffentlichkeit zockt. Bereits zum Launch hatte Greyzone einige technische Schwierigkeiten, verkaufte sich in den ersten zwei Tagen aber bereits über 400.000 Mal, mittlerweile sind es fast eine Million verkaufte Einheiten. Greyzones großer Patch 2 ist wohl nicht mehr weit entfernt und eine Roadmap will das Studio auch so schnell wie möglich bereitstellen. Dort können wir dann nachvollziehen, was in Zukunft noch alles für Greyzone Warfare kommt. Wenn ihr unseren Ersteindruck zu Greyzone Warfare sehen wollt, dann klickt doch mal hier oben in der Ecke, da seht ihr auch Kollege Fritz und mich rumtonen und wie gut wir uns anstellen. So, das war's mit den News für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet noch was lernen. Ganz wichtig, denkt dran, heute um 6 Uhr abends geht's rund 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 auf unserem GameStar Twitch-Kanal. Denn unser nächstes Find Your Next Game findet statt und wir schauen mit euch gemeinsam alle wichtigen Pressekonferenzen und Game Showcases an, die dieses Wochenende kommen. Und das sind eine ganze Menge. Früher hieß das einfach E3, aber die wurde ja abgeschafft. Trotzdem gibt's jede Menge zu gucken und außerdem bieten wir noch spannende Talks, Entertainment Slots und zocken auch das ein oder andere Spiel schon mal an. Die sind schon ganz aufgeregt und freuen uns auf euch. Ansonsten sind wir natürlich morgen mit einer neuen Ausgabe der News für euch da und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr euch ja mal ein Abo mitnehmen. Halt klar, dat wär's von mir. Ich sag, kick mal wieder in und tschüss.